Lalalalalala, let's go! Wir spielen Rounds, aber heute ein kleines Handicap, denn du darfst aussuchen. Ich muss aussuchen, also, ja, 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 das ist schön. Ähm, okay, du nimmst, äh, ach du kack, du hast echt gutes Zeug, ne? Nimm, äh, Glass Cannon. Okay, Glass Cannon. Die Glass Cannon ohne. Alter, okay, dann such du, mach, Leute, das sieht richtig gut aus. Dann will ich, dass du, ähm, Leech. Leech? Lifesteal ist krass, okay, nimm'n Leech, ja, komm, Lifesteal. Okay, okay. Ich hab gedacht, wir geben uns jetzt die ganze Zeit irgendwelche, äh, Schmutzsachen, weißt du? Oh mein Gott, Junge, Hit! Was? Was ist das? Nein, nein! Ja, ja! Alter, ich bin sofort tot gewesen. Äh, weil, 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 Ding ist das Glass Cannon, weil du übelst, oh mein Gott, du bist klein, immer, ne, 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 oh mein Gott, boah. Du machst übelst Damage, aber bist dafür übelst, weißt du, wenn ich, wenn ich dich einmal hätte, dann bist du, oh mein Gott. Weil du, Glass Cannon bist so klein, aber hast dafür, hab wenig HP, aber extrem viel Damage. Boah, was? Okay, dann will ich jetzt, dass du nimmst, was ist, Refresh? Ne, Mann, das ist zu krass, nein, 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 nein. Okay, ich will, dass du, äh, Steady Shot, los, links. Steady Shot, okay. Steady Shot, okay. Junge, Alter. Ey, am Ende machen wir so richtig krass, oh mein Gott, lol. Am Ende sind das so richtig krass. Oh, du hast jetzt wenigstens nicht mehr wieder dieses Blöde durch die Wand schießen. Ja, Mann, das hatten wir übrigens in der letzten Folge, Leute. Falls ihr die letzten, oh mein Gott, no way, was hast du mir gegeben, Alter, ist ja voll gut. Glass Cannon ist ein bisschen zu stark, okay. Nein, nein. Tschüss, du Spaghetti. Okay, dann will ich jetzt, dann will ich, geh mal rüber, 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 was hast du so Feines? Oh, ja, Burst ist krass. Warte, 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 bevor du irgendwas nimmst. Ähm, was ist das? Careful Planning. Was ist das für ein Müll? Haha, was ist das? Okay, komm, bunch more damage, hau rein, los. Was? Ja, nimm, 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 nimm. Okay. Ey, es war richtig Bock so. Ja, warte, du, 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 du kann der andere nicht auf was bauen, du kannst, du dem anderen übelst die Super, versalzen. Alter, Junge, du, du machst mich mit One-Hit jetzt, gell? Wenn du mich einmal hittest, bin ich tot. Ja, okay. Okay, was krieg ich? Zeig her jetzt. Okay, äh, okay, der war Shockwave, Fast Forward. Das ist alles nicht so gut, außer hier Barrett vielleicht und Fastball. Ah, okay, Barrett, Fastball. Ähm, ich würde, oh Gott, das ist ja alles ganz gut. Ähm, ich würde Shockwave machen. Okay, Shockwave ist richtiger Müll, Alter, wirklich. Shockwave ist so ein Schrott. Ich treff, äh, Alter, ich treff dich nicht. Ich kann dich nicht mal treffen. Steady Shot ist aber auch sehr strong, ne? Oh mein Gott. Wie, wieso hast du mir Damage gemacht? Ich hab abgeblockt. Ich hab abgeblockt. Ich hab abgeblockt. Ich hab abgeblockt. Okay. Oh, Alter. Alter, du machst so viel Damage, ne? Du auch. Du hittest mich, Alter, du hast mich durch die Wand gewandet, ist fast. Oh mein Gott. Warte, das will ich noch mal machen. Alter, ich brauche übelst langsam Aufnahmen. Oh, Alter. Also, was kriege ich? Okay, äh, auf jeden Fall nicht Parasite. Junge, Junge, Alter, du hast ja richtig krasse Sachen. Doch mal Shockwave. Ja, ne, so gemein bin ich nicht. Ich geb dir auch Steady Shot. Oh, geil. Danke, Mann. Sehr korrekt. So gemein bin ich ja auch wieder nicht. Alter. Okay, okay. Shockwave bringt mir halt einfach nix, weil ich dich nicht mal erwische. Das stürzt alles ein. Alter, Alter. Das hat mich voll am Kopf getroffen. Oh mein Gott. So, ciao. Alter, ciao, Junge. Shockwave, Alter. Nein. Oh, lol. Ist zugegangen. Warum? Das ist doch wies. Let's go. Alter. Such dir aus, was willst du haben. Warte. Ah. Was ist das imp-power, Alter. Huge. Ja, mal Spray. Spray. Spray ist, glaube ich, das Schlechteste. Obwohl Spray... Spray ist das Schlechteste, aber auch das Beste. Oh mein Gott. Komm her, Lars. Komm her. Upsa. Hallo, Lars. Du kannst mich durch die Wand treffen sogar, Mann. Ah! Ja. Oh mein Gott. Okay, okay. Alter, Schirma. Boah, ne? Gerettet. Du hast dich gerettet. Oh mein Gott, Alter, Junge. Shockwave ist, glaube ich, auch richtig strong in manchen Maps. Ja, wenn man Shockwave richtig einsetzt. Junge. Na, Junge, ich brauche ewig zum Nachladen. Ja, okay. Ah, mach auf. Oh Mann, Mama hier. Okay, nimm Frost-Slam. Los, Limm, nimm Frost-Slam. Okay. Das kann gut sein. Oh, das ist praktisch, Alter. So bin ich relativ sicher. Das kann schon. Ja, es kann schon. Ich hab grad gefrostet. Oh, geil. Kann schon, kann schon gut sein. Ich sag ja, Frost-Slam ist schon. Junge, chill doch mal. Was machst du da? Ich leg die Map auseinander. Uhuhuhuhu. Was? Was ist gerade passiert, Alter? Ich hab dich teleportiert. Du musst aufpassen, gell? Du weißt, wenn du... Junge. Ich krieg hier dran und du kannst nicht sein. Nein, nein. Ich wollte gerade sagen, du kannst nichts dagegen machen. Aber du hast doch fast dagegen gemacht. Ähm. Oh mein Gott. Nein. God damn it. Okay. Okay. Ähm. Oha, das kenn ich doch gar... Oha. What the frog. Das hab ich noch nie gesehen. Äh. Gib mir mal Home-Cuttle. Ähm. Ne, ich geb dir die Säge. Also die Saw. Saw? Oh, krass, Mann. Ja. Ich glaub, das ist so... Schon krass, aber auch nicht krass, weißt du? Halt Abstand. Halt Abstand. Halt Abstand. Weißt du, das Problem ist, ich hab mit Shockwave, Shockwave ich dich weg, aber die Säge, die Säge braucht Nahkampf. Oha, ja. Junge, Alter. Meine Damen und Herren. Versteck mich hier. Ja? Das ist... Ich hätte es nicht geben sollen. Die Säge ist okay, Alter. Die Säge ist krass. Aua, ich bin tot. Ja. Ja. Push jetzt los. Da, 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 da. Was machst du da? Aua. Junge, Alter. Wieso? Worauf, ey? Junge. Wie bei Saw. Junge. Ui, der... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Lass uns drüber reden. Ja, lass uns drüber reden, Lars. Wir können drüber reden. Wir können drüber reden. Junge mal. Alter, ich hasse es. Nein, nein, nein. Hallo, Lars. Komm her. Es nervt so sehr, dass wenn man so einen Block abbekommt, dass man einfach stirbt davon. What the hell? Aua. Oh, Alter, du hast mich auch verfickelt. Okay, du kriegst... Ähm... Was kriegst du denn? Safe Cold Balance krieg ich von dir. Cold Ballet? Nee, du kriegst Tank. Cold Balance. Tank? Du kriegst Tank, ja. Ja, Tank ist richtig gut, danke. Das ist... Bei dir bin ich ein bisschen noch leichter zu treffen, weißt du? Wenn du wieder so eine dicke Kugel bist. Oh, 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 oh. Junge. Ein Hit, ein Hit. Nein, nein. Du bist tot. Nein. Nein, du lebst. Nein. Kacke, kacke, kacke. Big Buller. Let's go. Gehandicap. Nein. Oh mein Gott. Gesaved. Oh mein Gott. Bleib stehen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Lad doch nach. Nein, lad mich vor. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, das war so knapp. Alter. So ein Drahtseilakt. Mann, ich krieg dich nicht durch die Wand. Aua, diese Blöcke. Oh mein Gott, Alter. Es ist einfach die absolute... Aua. Junge, hör doch auf. Bist du doof? Du machst die Map kaputt. Runter mit dir. Runter mit dir. Ich hab gesagt, runter mit dir. Okay. GG. Okay. Oh mein Gott. Okay. Bist du ready? Ich bin ready. So. Okay, was nehmen wir? Du kriegst Chase. Los, was hast du? Frost Slam. Los. Das ist das... Das ist richtig gut, aber... Es geht an sich... Oh mein Gott. Ja, ist es... Ich bin ge-Froast. Ich bin so mini. Hallo. Ich bin voll langsam. Ja, du bist das gewonnen, dass du so schnell bist. Ich bin übel langsam, wenn du nicht da bist. Oh mein Gott. Das ist richtig dumm, Alter. Wenn du weg bist, bin ich überlangsam. Umso näher ich die komme, umso schneller werde ich. Geh doch du. Geh doch du. Ja, mach jetzt. Nimm's doch. Ja, ich wollte nur kurz wissen, damit das ist... Wenn Google zurückkommt, kriege ich 80% mehr Damage. Ich habe ja auch selbst Damage gemacht. Nee. Oh mein Gott, Alter. Wie hast du das überlegt? Weil ich abgeblockt habe. Ach, wenn man... Jawoll. Also, wenn man abblockt und runterfällt, dann kann man sich irgendwie noch retten. Alter, Junge. Chase ist so eine Kacke. Ich bin so langsam. Junge, der läuft in Zeitlupe. Guck mal. Lars, 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 Lars. Nein. Sag ich doch. Implode, Junge. Was zum Teufel? Warte, Blogging, Pulse, Emmys. Nee, 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 nee. Mach mal Frost-Slam. Schon wieder, Alter? Los, mach. Ungeheil. Aber ey, jetzt bin ich krass geslowt, wenn du denkst, wenn du mich hittest. Guck mal, Alter, guck mal. Junge, Alter, oh mein Gott. WTF, Alter. Ja. Okay, okay, komm. Ja. Ja, sei gefroren. Ich kann mich nicht bewegen. Wirklich, überhaupt nicht. Schock, frostet. Okay, du kriegst, ähm, du kriegst Echo. Was? Ja, Echo. Ist ja übel der Müll. Nee, das ist eigentlich... Lars, 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 Lars. Willst du reden? Lass uns drüber reden. Willst du reden? Oh mein Gott. Du hast dich jetzt mal abgeploppt. Das nervt, gell, wenn man nachladen muss. Das ist übel, übel ätzend. Ja, dann steht man sich so gegenüber und dann... Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht. Es geht nicht. Guck mal. Hä, du kannst dich bewegen. Jetzt, ich bin aufgetaut. Du kannst dich schon die ganze Zeit bewegen. Oh mein Gott. Ich kann nicht. Ich hasse das durch das Chase. Durch Chase und Frost bin ich so langsam. Oh mein Gott. Alter, das war so... Alter, das war kacke. Das war richtig schön gebounced. Hör doch mal auf, du Idiot. Auf Wiedersehen, Lars. Alter. Du musst nachladen. Komm, Lars, komm. Ach, Junge, ich kann... Wirklich, ich bin so langsam. Gib mir mal Mayhem. Ja, du kriegst Mayhem. Ne, Mayhem. Geil. Weiß nicht, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich auch nicht. Ja, Junge. Das ist so... Ich kann mich... Guck mal, ich... Ich bin so lustig, wie du da ein und der da oben hast. Das ist ja die Kugel, was ist so... So disrespected. Ne. Ah, what? Was war das? Keine Ahnung, was das war. Keine Ahnung, was das war. Das ist aber auf jeden Fall kompletter Müll. Die Kugel hat mich nicht mal getroffen. Aua! Hilfe! 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 Alter. Das ist schon mies, ne? Ja, was kann man denn machen? Was kriegst du denn? Äh... Ja, du kriegst Mayhem. Ne Mayhem. Nochmal! Ja. Junge, ich hab keinen Bock mehr. Das war so ne dumme Idee. Waa! Nein! Alter, die Bullen bounces. Junge! Mayhem ist ja richtig krass. Das macht ja mehrere bounces, ne? Ja, aber wow. Was... Hä? Was bringt mir... Was bringt mir das, wenn ich das fünfmal habe? Junge, what the heck? Ich glaub, in diesem Dings bist du im Vorteil, oder? Was? Ich kann... Guck mal, wie ich mich bewege, wo sie... Durch dieses Kack-Haze und durch Dings... Ich kann gar nichts machen. Ich schwör dir, guck mal, jetzt bin ich gefroast. Du... Ich glaub, du drückst diggert jetzt halt nach unten, oder so. Ah, nee, das ist normal, wenn du hier, äh... Du musst immer, glaub ich, mit dem Leertaste drücken, um dich voranzubringen. So. Nee, Mann, ich drück nicht nach unten. Das ist einfach der... Der Charakter, der durch Haze... Der durch Chase und durch Throze ist der so langsam. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Achtung, die Kugeln! Alter. Diese Kugeln, die hier überall rumfliegen. Ok cool Abyss a cooldown? Das habe ich noch nicht gesehen. Mach mal rein Irgendwas mit dunkler Power Abyss a cooldown Oh lol Halt mal Abstand Halt mal Abstand Lars halt mal Abstand wir wissen was passiert wenn ich Lars Oooooooooooooooooooooooo Hilfe Junge what the Alter what the frown Mann beweg dich Du domer Pirat Ja, oh mein Gott, bevor es zu spät ist, Alter, bevor es zu spät ist, Mann, der geht da richtig steil. Oh nein, oh nein, oh nein, ich schaffe es nicht. Hilfe. Alter, ich weiß nicht mal, wo da was ist, was da passiert war, die Schwörstel. Ich glaube, ich aktiviere durchgehend so mein Frosting, weißt du? Nein, 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 nein. Und tschüss. Komm. Okay, was muss ich... Komm, careful planning. Careful planning. Das ist schwieriger. Aber. Alter. Alter. Oh mein Gott. Alter, ist das... Ist das ätzend, Mann, ich schwör's dir. Du hast es mir auch überhaupt zweimal gegeben, ne? Also du kannst dich nicht beschweren. Ah. Doch. Nein. Mach, hör auf, hör auf. Lars, lass mich doch... Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen, Alter. Oh mein Gott, Leute, lasst ein Like. Das schaut bei Tops vorbei. Tschüss.